Ja, 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 seid gegrüßt, ihr Schlawiner der gehobenen Unterhaltungskunst. Ich bin's wieder und jetzt gibt's für euch ein Part von Let's Play Die Sims Lebensgeschichten. Ja, unser dritter Part hier mit Laura Haselnuss in Bürchenweiler. Sie pennt, es ist Mitternacht, ja, und war überall... ...ist hell. Geil. Okay, Trudy ist irgendwie immer noch nicht da und für diese Folge hab ich mir jetzt mal vorgenommen, dass wir uns mal so ein bisschen hier umgucken in Buchenweiler, was es hier alles so gibt. Ja, die Schrede, Schnäpfe, Fuchs, Hürzimtenbeet, geil. So, jetzt machen wir so die Bedürfnisse, alles Picobello. Okay, dann könnt ihr dann mal ein Frühstück servieren. Was gibt's denn da? Snacks, Chips, äh... Ja, ne, isst dann mal ein Müsli, wenn du wach bist. Müsli? Okay. Dann ist halt jetzt schon wach. Ah, Kapitel 1. Mein erster Tag in Buchenweiler war gleichzeitig aufregend und beruhigend. Als ich ankam, war meine verrückte Tante auch schon wieder weg. Dann hab ich mich etwas frisch gemacht und ein paar Einheimische getroffen. Fiona ist sehr nett, aber das mit der Kaffeemaschine, schon seltsam. Wenigstens gibt's ja auch was fürs Auge. Michael, obwohl er eine Freundin hat, und diese Agora. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Sie scheint zwar ganz nett, tut aber nur so, glaube ich. Egal, was sei... Es war ein lustiger Tag. Und ich habe mich auch schon ein wenig mit Michael angefreundet. Hihi. So, es ist schon spät. Ich geh wohl bis ins Bett. Sollte dran die Tuti um diese Uhrzeit nicht eigentlich zurück sein. Äh, du hast schon gepennt, Mädchen. Dumm, dumm, dumm. Bitte warten. Okay, so, wenn du dann da fertig bist, kannst du mir noch mal kurz auf die Brille gehen. Und du kannst schon ein bisschen... ...Fanzer betrachten. Aha. Okay, wenn du meinst... ...gib mal ein bisschen Gasmädchen. ... ...das ging schnell. So. Also, wir wollen ja... Komm, lass das mit dem Fernseher. Wir wollten ja... Jetzt... Oh. Da passt man. Clemens Medien. Oh, stimmt. Wir können jetzt mal nach einem Job gucken. Genau. Job suchen. Ein bisschen Kohle muss ja auch reinkommen. Okay. Okay. Geil. Okay. So. Dann gehe ich mal ein Taxi rufen. Wie mache ich das? Ich habe hier doch irgendein Telefon mal gesehen. Was habe ich jetzt denn? Äh, da. Anrufen. Taxi. Genau. Ja. Boah, das ist aber geil da hinten. Abgeschnittene Straße. Pixelige Bäume. Otto's Fitnessstudio. Boutique an der Ecke. Starlight Coffee. Okay. So. Okay. Dann gehen wir mal zur Boutique. Jo. Jo. Im Schlafanzug. Ist klar. Das von Tup. Hm. Komische Mänchen. Komische Mänchen. Dump, 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 D So, dann gucken wir jetzt mal, was es ja alles so gibt. Anprobieren. Oh, das wäre, glaube ich, ganz gut. Mädel, du brauchst mal Sachen. Beim Schlaffer zu Krummdorfen ist das nicht so geil. Das ist ja wunderschön. So, passiert da jetzt was? Ah. Uiuiui, hier gibt es ganz schön viel. Nehmen wir mal das da. Mit dem da. Oder gibt es hier noch was Besseres? Nö. Okay. Dann mach mal. Schau mal, interessant, was es hier alles gibt. Lustig. Okay, hier sind die Umkleiden. Schick. Ach, entschuldige, da musste ich gerade... Riesen. Okay, dann geh ich schon jetzt mal kaufen. Das sah ganz gut aus, das nimmtsch. Ne, das sieht nicht so aus. Das geht. Ich glaube, das fand ich eigentlich ganz gut so. Ne, gibt es so ein schickspannendes mehr. Mit die da. In den Wagen liegen. In den... Wagen liegen. Okay, Stuhl gibt es irgendwie nicht. Gut, dann haben wir das jetzt. Dann gehen wir mal zahlen. Okay. 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 Dankeschön. So. Und was gibt es denn hier jetzt noch? Wo ist die Magazine? Iiii, SimCity. Komm, geh ich mal hier noch kurz ein bisschen was einkaufen. Okay. 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 Mietchen, sag mal, jetzt zieh dich doch mal. Hm, geht das nicht hier? Hm, geht das nicht hier? Hm, na, was selber. Sims geht's auch. Das sind drei. So, was ist auch nicht hier alles? Superstars today. Wer war auf der letzten Gala? Wie gekleidet? Wer hat mit wem ein Verhältnis? Wer tritt wann? Und... Wer tritt wann? Wo? Wer wird Sportler des Jahres? Und wer ist der angesagteste DJ der ganzen Stadt? Das alles erfährst du in Superstars today. Das hört sich doch gut an. Bitteschön, Dankeschön, tschüss. Gut, Dankeschön, mal wieder ein Taxi rufen. Irgendwie nimmt dich wahrscheinlich keiner ernst, wenn der hier im Schlafanzug rumläuft. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Noch so'n Stück. Ich sag dazu gar nichts mit. Ich sag dazu gar nichts. Hm, der ist mir gut. So, Starlight, Kaffee und Not. Wauw. 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 So. Ach, hier kann man was essen. Wir können Stimmmittel einkaufen. Ach, wie cool ist das denn? Tisch geführt werden. Mensch, werher das rumläuft? Das finde ich ja echt noch schade, dass es sowas so richtig... Jetzt selbst nicht gibt. Also es gibt ja... sowas zu downloaden. Im Simstore, das habe ich ja auch. Also wie heißt denn das? Kochen wie ein Profi heißt das, glaube ich. Genau. Da kann ich ja ein Restaurant aufmachen. Aber das ist natürlich längst nicht so geil. Ja, wundervoller Tisch. Boah, sieht das geil aus. Hey, komm. Typ. Ich möchte mich bestellen. Los. Hopp, hopp. Timo, los. Ich möchte mir keine Geschichte erzählen. Ich möchte nur meine Bestellung aufgeben. Nein, du möchtest keinen Fußball essen, Mädchen. Ihr sollt euch nicht unterhalten. Du willst doch einfach nur was bestellen zum Essen. Und dann noch keinen Spielekontroll. Hallo. Hallo. Ähm... Was ist das für die Milien? Eißbombe. Ne. Ach komm. Ich glaub. Wir nehmen den Chef Salat. Ich höre. Ich höre. Cool. Boah, ein Stück Kuchen mit einem Lachs. Schiffsterland. So, geht doch. Blablabla. Auch ein Busch, wie grell. Oh. Sieht ja alles cool aus hier. Vor allem der Supermarkt, der sieht ja geil aus, echt. Der ist ja geil. So Schiffssalat. Das ist doch keine Manieren, oder? Na die auch nicht. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, komm, dann geh jetzt mal nirgischend einkaufen, zahlen muss nicht. Verzieh dich einfach. Komm. Geh einfach. Äh, ne. So. Geh mal das aus. Geh mal das aus. Juhu. Danke, schätze ich wieder. Historiehäßung zahlen und nach Hause gehen. Mist, was meinst du doch zahlen? Ja. Man kommt auch nicht einfach so davon. Schade. Naja, jetzt haben wir dann auch mal hier die Umgebung gesehen. Wir müssen wissen, wie das hier alles aussieht. Da unten wohnen wir. Nach Hause. Ist ja ganz nettes Dörfchen hier. Oh ja. Oh ja. Jetzt warte doch auf dein Taxi. Das kommt doch gleich. In der Zeit spielen wir doch nicht nochmal Schachmädchen. Komm, hopp hopp. Gas geben. Wir hocken doch schon drinnen, Typ. Dann hupt doch nicht nochmal. Steppen nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlichst fürs zu sehen in dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der Familie Hause. See you next time. Bye.